Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis Feedback at heute.at 1 Aus Iso hat man die ESC-Siegerin von 2014 noch nie zuvor gesehen. Wo sonst, mindestens schulterlanges, schwarzen Haarwald, war Samstagabend nur glatt rasierte Haut zu sehen. Der Kahlkopf, zu dem Konchita. Ein bodenlanges, rotes Glitzerkleid trug samt passender Pumpstruck, war wohl dem Motto des heuerigen Tundenballs zu schulden, das schlicht Skandal. Lautete. Denn wie sonst, außer vielleicht mit der Rasur des Bartes, soll Tom Neube, der Schöpfer von Konchita, noch für Aufregung sorgen. Dass Konchita gerne Perücken klickt, ist kein Geheimnis. Jetzt weiß die Welt auch, was sie drunter verbirgt. Die Fans auf Instagram, wo sie zwei Bilder vom Ball gepostet hat, sind über die neue Frisur in ihrer Meinung gespalten. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at, das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, BAF. Wir können Sie einen Kommentar zum Thema verfolgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.